Ihr habt familiär miteinander geredet. Ich meine, ihr habt beleidigt euch gegenüber. Beleidigt? Das ist wie familiär. Ich kann immer beleidigen, wenn man nicht will. Hättest mich ja gestern mal hören müssen, wie ich beleidigt habe. Ich hasse Slow. Und der ist auch nicht mein Bruder. Mein Bruder ist nicht so schlimm wie der Junge. Das habe ich schon anders gehört von dir. Wie denn? Ja, du bist mein Bruder auch nicht immer so. Ja, mein Bruder ist manchmal schon... Ich bin dein Bruder echt groß. Ich würde ihn daten. Hast du mich, Lara? Ja, ich habe mich verstirkt. Alles gut, würdest du ihn denn daten? Wen? Den lieben Kevin. Kevin. Kevin ist zu alt. Nein. Kevin ist ja noch im Knast hinterher. Ja. Hallo, Kevin. Hallo, Kevin. Ich sitz gerade, Bruder. Ich sitz. Ich sitz. Was ist denn das Wort ist? Was ein geiler Epic-Code. 018720. Was? Komm her, Auto. Ich sitz. Ich sitz. Ich sitz. Ich sitz. Ja. Ich will es aber jetzt löschen. Ich bin so froh, dass mein Headset jetzt so einen Nude-Klopf an dem Hörer hat. Du hast das schon richtig gesagt. Du hast das schon richtig gesagt. Mute-Klopf. Was schießt du mich an? Hallo. Ich dachte, das wäre ein Gegner gewesen. Was schießt du mich an? Da ist das nur unverschämt. Ich dachte, das wäre ein Gegner gewesen. Na, das ist nicht so was, als ob ich ein Gegner wäre. Naja, das hat mit Ausländern viel zu tun in dem Spiel. Also schon ein bisschen. Hier ist eine Gegner. Ja, na, und? Ich hasse Gegner. Du bist aber doch auch ein Gegner von den Gegnern. Weißt du was ich meine? Das ist mein Spruch. Ist der Luca drinne? Die geile Sau. Luca, red doch mal. Luca kann mittlerweile reden. Find was, Ted. Oh mein Gott. Luca, rede mit mir. Sag hallo. Hallo. Sag hallo. Der kann doch nicht reden. Ich kann ja reden. Der redet bei uns nie. Lukas, nicht Luca. Doch, das ist doch Luca. Ohne es. Luca ist auch da. Lukas und Luca. Meine Fresse, ey. Ich hab kein Bot mehr Hilfe. Einen davon nenne ich jetzt Luki. Lukas nenne ich jetzt Luki. Luki dahin. Luki. Luki dahin. Geh in den Busch. Ja, Mama. Ich hab grad Luca Reze doch geschrieben. Na gut. Ah, ah. Was sagst du jetzt? Das ist noch Knoten. Oh, wir haben gewonnen. Ich auch. Klipp das, klipp das. Ich will meine Stimme da hören. Das willst du nicht. Oh, der ist wund. Der ist komplett wund. Ich hab ihn. Dann hast du Rebootengreis gebracht. Max hat mir geschrieben. Ich guck mal gleich, was du sagst. Ja. Oh, da vorne sind welche. Ja, zwei Stück. Ah, die fällt sogar. Gibt's nicht zwei. Weiß ich gar nicht. Ah, verdammt. Ab ein. Heal dich mal. Ich mach das schon. Oh, einer kommt mit Hammer. Oh, ein ganz Mutiger. Ja. Ah, das ist bei mir. Javin. Wie viel könntest du jetzt noch mal sein? Nö, einer noch. Oh, easy. Ja, ganz so angeschossen von dem. Ah, der ist ganz da hinten. Ah, der ist ganz da hinten. Äh. Ah, der gibt mir immer gute Hits zu. Gibt genau gute Hits. Ah, ich hasse das. Jetzt hat der so ne. Dings. In der Waldschuss. Dings. Ich geh mal zu dem hin mit dem Hammer. Dann bringt der jetzt auch nix mehr. Hat aber es eh kommen. Oh, der kommt drauf. Ah. Ah. Boah, Glück gehabt. Boah, Digga. Das war richtig knapp noch. Das war echt knapp. Also hätte ich diesen einen Headshot nicht mehr getroffen dann, ey, dann hätte der mal so. Ja, der wäre eng geworden. Da. Komm doch zu euch. Komm, euch helfen. Aber? Ah, hier ist das Auto. Das waren die Gegner. Ich schieß kaputt. Oh, ist da viel Loot. Trock mal rein. Oh, da ist viel mehr Loot. Oh ja, ich hab noch mal. Oh, ich hab noch mal. Ich hab noch mal. Ich hab noch mal. Jetzt mal schon gucken, wo er da ist. Da ist die Pistole. Ach du, die Zone. Ach du, die Zone. ist so goldens rohpunkt den kürzmann haben wir ich habe das auf können da unten ja auch da oben da ich gehe mal rein ich gehe jetzt an der genockt ich komme ich fühle dich ja verdammt ich komme zu fahren hier steht einer ich habe mich auch du aber ich habe noch einer ich will dich jeden dinge hat es scheiß portmann wo haben wir den wort das war schon ja hallo leute hier ist der mc rossi fanshop hier gibt es vieles von euren lieblings streamer und content creator t-shirts turnbeutel hoodies und vieles vieles mehr geht auf den link in der video beschreibung und holt euch eure produkte hier gibt es jede menge schaut es euch an und kauft fleißig ein mc rossi shop alles was ihr braucht